Ja, hallo, wir hatten heute Nachmittag zwei Rühreier gemacht mit tiefgefrorenen Fischerlingen und eine Portion hatte ich heute Nachmittag gegessen und die werde ich mir jetzt gleich noch in der Mikrowelle warm machen. Ja, wir haben jetzt hier so ein Pilzpulver, das ist aus sieben verschiebenden Pilzen, ich weiß nicht mehr, ich habe die Beschreibung nicht mehr, welche da genau drin waren. Ja, ich bin schon ganz heiß, wenn es im Sommer im Juli wieder losgeht, Ende Juli, und wir wollen ja im Herz das neue Ereignis prüver machen, aus Schock, den Klingeln, aus den Stielen, mal gucken, was so kommt.